Herzlich willkommen, schön, dass ihr euch verklickt habt. Heute haben wir wirklich ein sehr besonderes Gerät, ein niegelnagelneues Gerät hier auf dem Tisch liegen und zwar das OnePlus Nord CE 2. Richtig, danke, dass du gesagt hast. Wir haben auch wieder ein schönes Presse-Sample bekommen, einmal mit dem Gerät selber, mit dem Lieferumfang natürlich auch und mit Verpackung und aber auch noch zwei wunderschöne Zenstone-Hüllen mit dabei. In blau und einmal in schwarz, die sich wieder wunderschön sandig anfühlen. Genau, damit könnt ihr auch die Fingernägel feilen, zwischendurch gar kein Problem. Die werden übrigens um die 20 Euro pro Hülle kosten, sagt OnePlus und das OnePlus Nord CE 2, übrigens könnte man auch noch 5G ranhängen, stimmt, aber das ist ein anderer Punkt, da kommen wir in der Konjunktivitätszeit drauf zu sprechen, kostet 349 Euro. So, soviel erstmal dazu. Hört sich eine Mittelklasse an, ob Mittelklasse auch drinsteckt, erfahren wir gleich. Erstmal gucken wir uns das Smartphone von außen an. Kunststoff können wir schon mal sagen, Rückseite und Rahmen besteht aus Kunststoff. Kunststoffrückseite, aber die interessant ist, also kann man gut oder auch nicht so gut finden. Der obere Teil ist nämlich einfach komplett durchsichtig und diese blaue Farbe, die ihr seht, die sitzt sozusagen ein bisschen unter dem, was man anfasst. Also da ist ein gewisser Abstand da. Gibt es auch ein Grau, ne, habe ich gehört? Genau, Grau sieht dann aber einfach langweiliger aus und ist ein super Fingerabdruckmagnet. Also hier nehmt dieses wunderschöne Blau, was auch so in unterschiedlichen Farben so ein bisschen schimmern kann, je nachdem, wie ich es in die Kamera halte. Ich glaube, die Kamera fängt es gar nicht so gut ein, aber mit einem bloßen Auge sieht man das ganz gut. Ansonsten haben wir abgerundete Seiten. Wir haben ein flaches Display. Wir haben auch einen Rahmen in der Farbe der Rückseite, finde ich auch sehr schön. Und der Kamerabumper, ja, der ist hier rausgegossen sozusagen. Das ist also ein Element, hier ist nichts draufgesetzt. Und auch die Kameramodule selbst gucken dann nur noch ganz, ganz minimal raus. Also das ist ganz übersichtlich. Wir haben hier übrigens ein 7,8 Millimeter dickes oder dünnes Smartphone, eigentlich ein sehr dünnes Smartphone. Also da kann man schon mal nicht klagen. Und ist auch wirklich tatsächlich federleicht mit 173 Gramm. Und weil wir jetzt auch gerade nochmal ganz kurz über den Kunststoffrahmen geredet haben, fällt mir ein, dass wir leider ganz noch einen Monorlautsprecher haben. Ha, schlecht. Das finde ich wirklich nicht so gut. Ich verstehe jetzt nicht, warum andere Hersteller kriegen es doch auch hin. Aber ich hätte mir ein Duallautsprecher gerne geben. Er hört sich nicht schlecht an, aber ist halt kein Duallautsprecher. Dafür hat man hier vielleicht auch was anderes gesetzt, was sehr cool ist. Man hat unter dem Display Fingerabdrucksensor, das heißt wir haben hier auch ein AMOLED-Display verbaut. Wir können mal ganz kurz den Fingerabdrucksensor testen, der ein bisschen zu tief positioniert ist, aber ansonsten wirklich gut funktioniert. Also wenn ihr ihn trefft, wenn ihr ein bisschen Fingerakrobatik macht, dann funktioniert der sehr gut. Und legt dann den Blick frei auf ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Display mit 90 Hz Full HD Plus Auflösung. Gut, kleinen Rändern, nicht den kleinsten der Welt, aber für ein flaches Display völlig okay. Das Einzige, was ein bisschen auffällt, ist das Kinn. Kleines Punch-Roll auch. Aber oben links, das sieht man in letzter Zeit auch eher selten. Meistens sind die jetzt wirklich immer in der Mitte. Das war ein Smartphone mit oben links Punch-Roll, aber wie du schon gesagt hast, schön klein. Damit auf diesem wunderschönen Display auch was erscheint, brauchen wir natürlich auch eine Software. Und wir haben hier als Betriebssystem Android 11 vorinstalliert. Ich würde mich freuen, wenn es Android 12 gewesen wäre, aber wenigstens nicht Android 10, das ist auch gut. Benutzeroberfläche ist hier Oxygen OS und OnePlus verspricht drei Jahre große Android-Updates und vier Jahre Sicherheits-Updates. Ab rot, Sicherheits-Update. Wir haben hier schon vom 5. Januar 2022 den Sicherheits-Patch vorinstalliert, sozusagen. Das ist gut. Wir haben jetzt Februar, finde ich aber okay. Ist in Ordnung. Oxygen OS, ihr werdet es wahrscheinlich schon kennen, ist eine wunderschöne Benutzeroberfläche. Ich mag sie, wir mögen sie, auf jeden Fall, da gibt es nichts zu meckern, auch viele Anpassungsmöglichkeiten. Wird auch über die drei Jahre Oxygen OS bleiben. Laut Aussage von OnePlus nähert sich ja immer wieder, oder nicht immer wieder, sondern Oxygen OS nähert sich ja immer mehr Oppo quasi an, also Color OS, weil Oppo ja jetzt und OnePlus sozusagen eins sind irgendwie. Sie wachsen stärker zusammen, waren ja vorher auch schon verwandelt, aber ja genau. Deswegen, Oxygen OS wird der Name auf jeden Fall bleiben, das Betriebssystem, das wurde versprochen. Aber ob das jetzt wirklich so das Oxygen OS bleibt, was man kennt und gewohnt ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Richtung Color OS gehen. Ich glaube auch beim Laden, das heißt auch Wuch-Charge, aber da kommen wir ja gleich zu. Kommen wir ja gleich zu, ganz genau. Aber OnePlus und auch Oppo produzieren noch keine eigenen SoCs, deswegen brauchen sie hier extern was. Und zwar gibt es hier einen Mediatek Dimensity 900 SoC, der ist hier verbaut. Alltagsleistung ist top, ihr könnt alles mögliche, alle Apps öffnen, natürlich problemlos Spiele spielen könnt ihr ebenfalls, zumindest kleinere auf alle Fälle, ganz komplett problemlos. Genauso gut wie bei 1000 Euro Smartphones. Ihr könnt aber auch ein bisschen grafikhungrigere Spiele spielen. Eventuell müsst ihr hier und da mal nicht, oder könnt nicht in der höchsten Grafikauflösung zocken. Aber das funktioniert hier auch mit dem Dimensity 900 problemlos, das können wir auch gerne mal im Benchmark sehen, in Zahlen ausgedrückt sozusagen. Wir haben im Geekbench 5 Benchmarks, 704 Punkte im Single-Core und 2.151 Punkte im Multi-Core. Und wir testen das ja nicht nur im Geekbench, das heißt wir schauen uns ja die Gesamtperformance an, denn wir haben hier auch Arbeitsspeicher verbaut. Yay! Wir haben hier 8 GB Arbeitsspeicher verbaut, es gibt laut Datenblatt auch 6 GB, aber ob die nach Deutschland kommen, das wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Und der Internetspeicher sind 128 GB. Wir haben ja gerade schon von dem SOC geredet, Mittelklasse SOC, aber die Konnektivität, also der Prozessor ist Mittelklasse sozusagen, aber die Konnektivität ist eigentlich Flaggschiff-Niveau, fast Flaggschiff-Niveau. Wir haben hier kein WiFi 6E, aber WiFi 6. Wir haben Dual 5G, wir können eine Speicherkarte sogar reinstecken, wir können sozusagen den Speicher, den 128 GB können wir sogar noch erweitern, wenn wir möchten. Wir haben USB-C 2.0 Anschluss, das ist eher so Mittelklasse und nicht Flaggschiff-Niveau. NFC haben wir, wir haben sogar einen 3,5mm Klinkeranschluss, wir können Kopfhörerkabel gebunden, Kabel los, dank Bluetooth 5.2 verbinden. Was will man mehr? Einen Dual-Lautsprecher möchte man vielleicht nachher. Ja, das nächste Mal. Und wir haben ja schon gesagt, dass der Ladestandard sich jetzt zumindest vom Namen her geändert hat, wahrscheinlich war es früher auch immer schon dasselbe. Das Ganze heißt jetzt SuperVOOC, weil halt die Annäherung an Oppos, das heißt aber auch ihr habt ein USB-A-Netzteil und kein USB-C-Netzteil mehr, wie das bei OnePlus eigentlich der Fall vorher war, fanden wir ehrlich gesagt schöner. Aber dennoch ist alles im Lieferumfang enthalten und es ist ein 65 Watt Netzteil, das heißt ihr könnt den 4500 mAh großen Akku mit 65 Watt schnell laden. Kein kabelloses Laden, aber das ist so ratzfatz voll, da braucht ihr das ja fast nicht. Also, das ist auf jeden Fall schon mal super positiv. Da haben wir gedacht, naja, also 4500 mAh Akku ist jetzt ja nicht so gigantisch groß, also wir finden ja schon 5000 mAh ganz gut. Aber der PCMark Battery Test hat hier fast 16 Stunden Akkulaufzeit uns ausgespuckt und das trifft auch wirklich zu, das hat Mediatek irgendwie extrem gut drauf, akkusparende, energiesparende Prozessoren zu bauen. Man kann damit wirklich den ganzen Tag das Smartphone fordern und kommt problemlos durch einen Tag. Wenn man ein bisschen moderat unterwegs ist, schafft man zwei Tage und dafür für 350 Euro ist das super. Also Akku und Akkutechnologie, abgesehen davon, dass es halt kein kabelloses Laden geht, gibt absolut top. Also bis hierher lässt sich sagen, dass das Smartphone wirklich eine Menge Sachen mitbringt für einen vernünftigen Preispunkt. Jetzt ist die Frage, wo haben sie gespart? Vielleicht bei den Kameras? Vielleicht auch nirgends, vielleicht kann es auch sein. Wir werden es herausfinden. Fangen wir mal mit der Selfie-Kamera an. Wie gesagt, wir haben ein Punchhole oben links, was relativ klein ist, 16 Megapixel Selfie-Kamera. Aber die Bilder sind akzeptabel, so möchte ich es mal sagen. Also das ganz normale Foto sieht ganz okay aus. Es ist aber hier scheinbar schon ein leichter Portrait-Effekt aktiviert. Denn wir haben auch so einen komischen Halo-Effekt an meinem Kopf. Das sieht ein bisschen komisch aus. Und es gibt eine Unschärfe, die ein bisschen nach einem Cutout aussieht, obwohl das der Automatik-Modus ist. Man kann den Portrait-Modus auch noch anmachen, dann wird der Cutout aber katastrophal, um ehrlich zu sein. Weil es gibt ganz, ganz viele Artefakte am Rand und es sind auch Sachen weggeschnitten, die nicht weggeschnitten sein sollten. Das kann ich so richtig überzeugen. Auch die Hautfarbe ist in beiden Fotos nicht so richtig überzeugend. Es ist okay als Selfie-Kamera, aber um ehrlich zu sein, haut uns das nicht vom Hocker. Wir haben ja von OnePlus, danke übrigens dafür, dieses Smartphone schon ein paar Wochen vorher bekommen. Und wer weiß, wenn es dann final zu kaufen ist, vielleicht gab es dann schon ein Update und dann wird die Kamera hier und da nochmal so ein bisschen gefixt. Weil wir haben so ein bisschen das Gefühl, auch bei den Hauptkameras, dass ein Software-Update vielleicht helfen würde, das Ganze nochmal gut, besser zu machen auf jeden Fall. Weil wir haben ja eine 64 Megapixel-Hauptkamera. Und wenn wir uns jetzt einfach mal das Video direkt angucken, 4K 30fps, die Farben sind da einfach so krass gepusht. Das Rot, das Grün, also beim Rot sieht man es extrem, finde ich dann das Grün, das Blau. Das ist einfach, auch das Gelb, alle Farben sind so krass gesättigt und hoch gepusht, dass irgendwie, ich glaube, da wird es irgendwann nochmal ein Update geben für die Kamera. Bin ich mir eigentlich versichert. Wenn nicht, wenn ihr gerade zuschaut, OnePlus, bitte haut da nochmal ein Update raus. Auch die Stabilisierung ist bei 4K, bei dem 4K Video übrigens nicht so geil. Bei 1080p wiederum ist die Stabilisierung gut, aber das ganze Bild sehr matschebrei mäßig. Wäre schön, wenn die Stabilisierung von 1080p bei 4K so gut wäre und die Farben halt nicht so krass gesättigt werden, dann wäre es ein akzeptables Video, nennen wir es mal so. Ach, geht hier aber nicht. Fotos sind okay, natürlich. Also für die Freunde, die natürliche Fotos mögen, also natürliche Farben, die werden hiermit wahrscheinlich zufrieden sein. Für mich persönlich, ich will jetzt nicht für Marco sprechen, weiß ich nicht. Kein Zaber. Okay, gut, dann auch spreche ich für uns beide. Sind die Farben ein bisschen zu natürlich. Die könnten gerne ein bisschen mehr Push dort jedenfalls bei den Fotos vertragen. Ansonsten kann man aber auch Portraitaufnahmen machen. Das seht ihr, wenn ich jetzt einfach mal, ich habe mit dir fotografiert. Ich glaube ja, wir haben Marco fotografiert. Wenn wir Marco jetzt vor die Kamera schmeißen, beim normalen Foto, stimmt dann auch wieder irgendwas nicht so ganz. Also Marco sieht irgendwie ein bisschen ungesund aus. Ja, ich fühle mich richtig krank, wenn ich mir das Foto angucke, um ehrlich zu sein. Aber ich fühlte mich an dem Tag gar nicht krank. Ja, also deswegen, also ich glaube ein Software-Update würde da Abhilfe schaffen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da bestimmt nochmal was kommt. Ansonsten, wenn wir den Portrait-Modus aber aktivieren, Portrait-Kamera haben wir nicht. Der Cutout ist wie bei der Selfie-Kamera auch eben nicht perfekt, leider Gottes. Vielleicht hätte ich hier eine Portrait-Kamera-Abhilfe auch geschafft. Wer weiß, vielleicht hätte es ja was gebracht. Aber leider Gottes ist der Cutout hier nicht der Beste bei der Kamera. Ansonsten haben wir noch eine Ultraweitwinkelkamera. Das ist eine 8 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Wir sind ja eh nicht so Fans von 8 Megapixel-Ultraweitwinkelkameras. Aber hier ist es mit einer der besseren, auf jeden Fall. Es sieht ganz gut aus. Wir haben 119 Grad-Weitwinkel sozusagen. Man kriegt relativ viel aufs Bild. Deswegen ist es ganz gut. Und es ist auch gut, dass die Kamera hier drin ist. Passt auch für den Preis, finde ich sogar. 13 Megapixel hätte ich gerne gesehen. Aber ich finde, das ist eine der besseren 8 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera auf jeden Fall. Da haben wir noch eine Makro-Kamera, eine 2 Megapixel-Makro-Kamera. Und da ist das Bild nicht so gut gelungen. Ist halt eine 2 Megapixel-Makro-Kamera. Farben habe ich schon mal schlechter gesehen vor ein paar Jahren, nur für bei 2 Megapixel-Makro-Kameras. Aber hätte man auch weglassen können auf jeden Fall. Der Nachtmodus, da gefällt uns das Ganze auch nicht so wirklich gut. Es wird irgendwie relativ lila auf einmal, irgendwie die Farben. Haben wir auch schon mal besser gesehen, sagen wir es mal so. Das Automatik-Foto in Low-Light-Situationen sieht aber ein bisschen besser aus. Kann man vielleicht gerade noch so nutzen, wenn man denn möchte. Ja, also wie gesagt, das OnePlus Nord CE 2 hat sich bis auf die Kameras sehr, sehr gut geschlagen. Bei den Kameras hoffen wir einfach mal darauf, dass es wirklich noch ein Update gibt. Wir haben es natürlich mit der neuesten Software, die uns zur Verfügung stand, getestet. Aber es bedarf hier auf jeden Fall noch Nachjustierung. Ich glaube nicht, dass die Hardware das große Problem ist, sondern es fühlt sich ganz stark nach einem Software-Problem an. Deswegen gibt es noch die Hoffnung. Aber wir können euch natürlich immer nur von dem berichten, was wir zum Testzeitpunkt sehen. Und das ist auf jeden Fall nicht ideal, was die Kameras hier abliefern. An der einen oder anderen Stelle für den Schnappschuss reicht das aus. Aber dieses Smartphone würde ich mir zum aktuellen Wissensstand nicht wegen den Kameras holen. Aber Akkulaufzeit ist richtig, richtig toll. Performance ist mehr als ausreichend. Speziell für den Preis ist das total in Ordnung. Das Display ist schön, 90 Hertz. Klar könnte es auch 120 sein, aber 90 Hertz sind super. Es ist ein schönes AMOLED-Display. Also wie gesagt, alle anderen Kriterien finde ich wirklich richtig gut, auch zu dem Preis toll. Nur die Kameras, die können mich nicht überzeugen. Und der Monolautsprecher. Ja, ich höre immer mit Kopfhörer das. Ja, das kannst du übrigens auch sogar kabelgebunden machen. Also von daher, wie seht ihr das Ganze denn? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Daumen hoch, Daumen runter wäre auch nett. Ein kostenloses Abo wäre wunderschön. Glocke aktivieren, damit ihr auch alle Videos nicht verpasst und seht halt. Genau, und euch dann dadurch halt im Endeffekt öfters verklickt. Macht's gut. Vielen Dank für dieses Verklicken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.